Ich heiße Tobias. Forscher wollte ich werden, seit ich denken kann. Meine Ideen ausleben, spannende Möglichkeiten entdecken für unsere Zukunft. Deshalb habe ich Physik studiert und deshalb bin ich beim Exzellenzcluster CTQMAT gelandet. Hier entwerfe ich völlig neue Effekte für revolutionäre Materialien und für die Hightech des 21. Jahrhunderts. Am Computer tauche ich in die faszinierenden Welten der Elektronen ein. Wie ein Designer kombiniere ich die kleinen Teilchen neu. Dabei spielt sich das meiste erst einmal in meinem Kopf ab. Durch meine Berechnungen entstehen Quantenmaterialien mit neuen Eigenschaften. In Zukunft sollen sie Strom verlustfrei leiten, den weltweiten Energieverbrauch senken und superschnell Informationen verarbeiten. Dann wird im Labor geprüft, welche Ideen funktionieren. Vielleicht haben wir den ersten Baustein für eine neue Quantentechnologie schon entdeckt. In der Forschung setzt unser Exzellenzcluster auf einen Nobelpreis gekrönten Forschungsansatz, die topologischen Quantenmaterialien. Die sind besonders robust und können sensible Quantenzustände vor Störungen schützen. Beim Designen solcher Materialien hilft mir ein geometrisches Gebilde, der Torus. Er ist mein mathematisches Werkzeug und zugleich Symbol für die topologische Quantenphysik. Die Forschung gibt mir große Freiheiten. Ich wähle Projekte aus, die mir im Herzen liegen und leite eine Nachwuchsgruppe für Quantum Design. Hier forschen wir gemeinsam, auf Augenhöhe. Denn wirklich gute Ideen entstehen selten allein. Als theoretischer Physiker bin ich global bestens vernetzt. Zusammen arbeiten wir an einem Ziel, dem nächsten großen Ding.